Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Linux, die Datei-EDC-Issue. Linux hat von Unix ein paar standardisierte Wege übernommen, um Usern aktuelle Meldungen über das System zukommen zu lassen. Es handelt sich dabei um Textdateien, die zu bestimmten Zeiten auf dem Bildschirm dargestellt werden. In diese Dateien kann der Systemverwalter bestimmte Informationen schreiben, die ein User dann zu den entsprechenden Gelegenheiten zu sehen bekommt. Der Inhalt der Datei-EDC-Issue wird vor dem Login auf dem Bildschirm geschrieben. Konkret ausgedrückt schreibt der Getty-Prozess, der auf die Eingabe eines Usernamens wartet, den Inhalt dieser Datei auf die Terminalleitung und fordert erst dann zur Eingabe des Usernamens auf. Normalerweise wird diese Datei dazu benutzt, dem User, der sich einloggen will, Informationen über das System zukommen zu lassen. Typische Einträge in dieser Datei sind einzeilige Meldungen über die verwendete Systemsoftware. Die meisten Getty-Es sind zusätzlich in der Lage, bestimmte Substitutionen, also Variablen, in diese Meldung aufzunehmen, die dann durch reale Werte ersetzt werden. Normalerweise sind das zum Beispiel Backslash V für Version des Betriebssystems Backslash Groß U für Anzahl der eingeloggten User Und das Wort Users Backslash U für Anzahl der eingeloggten User Backslash T für aktuelle Uhrzeit Backslash R für Release Nummer des Betriebssystems Backslash O für Domain Name des Rechners Backslash N für Host Name Backslash M für Architektur des Betriebssystems Backslash L für Name der TTY-Leitung Backslash S für Systemname Und Backslash D für aktuelles Datum Der Inhalt der Datei schräg durch EDC schräg durch Issue Bei Linux Mint sieht wie folgendermaßen aus Cat Leerzeichen Schräg durch EDC Schräg durch Iss U E Hier werden die Substitutionen Backslash L und Backslash N benutzt Also Backslash L für Name der TTY-Leitung und Backslash N für Host Name Die Angabe von Datum, Uhrzeit und Anzahl der eingeloggten User ist weniger sinnvoll als auf den ersten Blick zu vermuten wäre Die Substitution der Werte findet statt, während Getty die Begrüßungsmeldung auf dem Bildschirm schreibt Danach findet keine Aktualisierung dieser Werte statt Bei einem Server, der Tag und Nacht läuft und auf dessen Terminal sich nur alle paar Wochen jemand einloggt, können diese Werte mehrere Tage alt und damit wenig aussagekräftig sein Um den Inhalt dieser Datei zu verändern, geht man wie folgt vor Man benutzt hier nicht sofort den Texteditor, denn dann würde sich nichts verändern Sondern man muss vorher dem Betriebssystem, also Linux Mint, vorher Bescheid sagen Ja, ich möchte diese Datei verändern Und zwar passiert das in der Datei mintsystem.conf im Verzeichnis schrägstrich EDC schrägstrich Linux Mint Also gibt man ein, um die Datei zu verändern Dann ist der Leerzeichen Nano, der Texteditor Und dann die Datei Schrägstrich EDC schrägstrich Linux Mint Und mintsystem.conf Und hier verändert man den Wert True in den Wert False Bei dem Eintrag EDC minus Issue Dann speichern mit STRG-O und beenden mit STRG-X So, und nun kann man die Datei verändern So, und nun kann man die Datei verändern Mit S-U-D-O Leerzeichen Nano Schrägstrich EDC Schrägstrich Issue Und so kann man noch zum Beispiel hinzufügen Zum Beispiel Backslash V für die Version des Betriebssystems Und Backslash R für Release Nummer zum Beispiel Dann, um die Veränderung zu speichern Drückt man die Tasten STRG und O Enter Und dann beendet man den Texteditor Nano mit STRG-X Und dann bei einem Neustart Wenn man jetzt zum Beispiel STRG-Alt-F2 drückt Dann kommt dieser neue Begrüßungstext Zurück kann man dann wieder auf die grafische Benutzeroberfläche Mit STRG-Alt-F8 Das war UserPower von OpenScreenCast Ciao und viel Glück